Hey, Leute und willkommen zu einem japanischen Dokkan Battle Video. Ja, ich habe einen empanischen Account. Ist noch Level 1, aber ihr seht hier schon. Ich wollte euch kurz zeigen, das Startmenü. Legendärer. LR. LR. Super Saiyan 4. Son Goku. Super Saiyan 4. Vegeta. Los geht's, ist das geil. Und da machen wir heute ein Opening, denn wenn man einen neuen Account erstellt, bekommt man ja so viel kostenlose Stones, Leute. So viel kostenlose und die werden wir heute in einem Banner rausballern. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt dreimal auf dem Goku-Banner ziehen und so weiter. Mal gucken, mal gucken. Ich zeige es euch mal ganz kurz, wo wir heute ziehen. Rechts haben wir jetzt 212 Stones. Ziemlich einfach so bekommen. Kostenlos. Kostenlos, Leute. Einfach so. Und ja, hier können wir dreimal ziehen. Steht da. Was danach passiert, weiß ich gar nicht. Haben wir noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall hier ist der LR. LR. Wie auch immer. Legendreer. So ein Goku. Können wir uns ansehen. Wenn wir uns hier auf Grow drücken, sehen wir hier den legendären... Wenn er lädt Super Saiyan 4 Goku. Ich will ihn haben, wenn er laden würde. Hallo, hallo, hallo. Kein Bild. Okay. Er will nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Auf jeden Fall den kann wir ziehen. Und unten gibt es noch den Super Saiyan 4 Vegeta in Legendreer. Leute, ich hoffe so, dass die sehr, sehr bald, ich glaube Mitte Februar, auf Global kommen. Da machen wir auch dort ein Opening. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Opening. Hier auf einem japanischen Kanal. Auf jeden Fall den japanischen Account wollte ich sagen. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie man das japanische Dockham Battle installieren kann, lasst es mich irgendwie wissen in den Kommentaren oder so. Dann mache ich so ein 2-3 Minuten Video darüber, wie das geht. Das geht mir sehr einfach und sehr schnell. Aber jetzt halten wir mal die Schnauze hier. Und ziehen. Wir ziehen einfach, Leute. Können wir mein Glück auch auf dem japanischen Dockham Battle Account fortsetzen? Ja oder nein? Das ist die Frage, ne? Nehme ich auf? Ich nehme auf. Okay. Ich bin mehr gespannt, ne? Mehr gespannt. Super, Saiyan. Ein Bild. Zwei. Kommt das dritte, 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 dritte? Ja, sehr schön. Komm, Baby, komm, Baby. Hier, willkommen schon mal. Einen C-17. In Rare. Einen C-18. In S-Roy. Ah, nee, C-18. Was bist du? Kannst du nicht erraten. Ah, ja. Von Babidi. Ja, ein Freezer. Komm, Baby, komm, Baby, komm, Baby. Einen Vegeta aus GT. Ja, die Frisur, ne? Ist gewöhnungsbedürftig. Oh, was haben wir? Ja, ist okay. Ist okay. Leute, es ist immerhin ein so ein Gohan. Super Saiyan 2, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ja. Mega nice, nehme ich. Den brauchen wir nicht unbedingt. Und je nach... Ja, noch ein Gohan. Nappa. Noch ein... Nein, ist ein Goku aus GT. Müsste das sein? War der andere auch aus GT? War das ein Goku? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es ist ein Gohan. Was auch er immer hier mir anschreit. Er hat es rausgeworfen. Er hat es rausgeworfen. Mega nice. Leute, ich gehe nochmal rein. Sie wollen uns wohl ein bisschen ärgern, ne? Dass wir hier nicht alles so gleich ziehen können, ne? Gebt mir das japanische Glück, bitte. Ich hätte so gerne einen Legend Rare Super Saiyan 4. So, Goku. Ah, Leute. Ah, dass die Biele nicht so gut aus, ne? Ich glaube, es wird wieder nur eine SS Rare. Komm, Baby, komm, Baby. Komm, komm, komm. Nein. Oh, das sieht nicht gut aus. Habe ich hier kein Glück auf dem japanischen Dokkan-Battle-Account? Es sieht so aus. Ein Vegeta. Oh, das sieht nicht gut aus. Wir können auf jeden Fall nur hoffen, ne? Es ist Goku aus GT. Wir können nur hoffen, dass auf dem globalen, also auf meinem richtigen Account, noch meine gleichen, dass wir da auf jeden Fall mehr Glück haben. Freezer. Ich habe diese Karte nun auf meinem globalen, also ganz normalen Dokkan-Battle-Account und im japanischen. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich die Legend Rare schon zweimal. Auf jedem Account habe ich sie nun. Auf jedem Account. C18. Ach, Gott, das kann doch nicht sein, oder? Tau, bye, bye. Ein guter alter Piccolo. Uh, dein Roshi. Oh. Oh, Vegeta. Vegito. Mega nice. SS Rare. Boah, dann habe ich noch nicht am Haupt-Account. Schade, schade. Leute, wir haben ein Letztwerk gezogen. Die, die ich am Haupt-Account auch habe. What the fuck. Und dann Medaille bekommen? Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, Leute. Wir haben... Wie viel Glück kann man denn haben, dass man auf beiden Accounts diese Karte hat? Alter, Leute, nochmal. Das gibt es doch nicht, oder? Das gibt es doch nicht. Oh, Mann. Nur ein Chao-Sou. Aber ich hoffe so sehr, wie gesagt, auf der globalen Version dann, dass wir echt diesen Super-Sarchin 4, Goku und Vegeta bekommen. Ey, ich habe jetzt schon Angst. Ich will sie so gern haben, ne? Ich will sie so gern haben. Okay. Wieder eine Goku aus GT. Nächstes Rare, immerhin. Ein C20. Dr. Gero. Ein Guldo. Oh, auch kein Fan davon. Pan. Die Pan-Liebe ist auch in Japan real. Ein Freezer. Ich will hier auf seinem Ast, beziehungsweise auf seine Säule. Oh. Nicht dein Ernst, oder? Was ist hier los? Was ist hier los, Leute? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Was ist hier los? Da kommt der am Schuh, ey. Oh. Oh, der ist auch nicht schlecht. Der gefällt mir sehr gut. Der ist auch nicht schlecht. Ich mag alle mit Schwertern. Leute. Was ist hier los? Was ist hier bitte fucking los? Hä? Hä? Was habe ich denn für ein Glück zur Zeit? Und jetzt können wir kostenlos ziehen. Kostenlos. Oh, ich freue mich so, wenn das global kommt, ne? Ich freue mich so drauf auf ein richtig geiles Opening. Auch auf unserem Haupt-Account, ne? Oh. Das war eine bunte Schrift, ne? Müsst ihr Legend-Rabber, oder? Habe ich das verrichtigt in Erinnerung? Ich bin mal gespannt. Okay. Starten mal mit einem Piccolo. Nochmal ein Goku aus GT. War das vorher als Gohan, oder war das auch Goku? Ich weiß gerade echt nicht. Ich glaube, es war Gohan. Nochmal Goku. Schönen gleichen. Wie oft denn noch? Nochmal. C17. Nein, C18. Gleiche Frisur fast, ne? Ein Goku. Ja, das sieht auch in Dragon Ball Legends nämlich so aus. Hoppla. Oh. Cheese. Überdrückt. Hoppla. Nochmal der gleiche. Ich verarschen. Ein Hit. Uh, nehme ich. Hit, nehme ich. Unsere SS Rare war der Hit. Sozusagen. Es war ein Hit. Leute, jetzt haben wir die Möglichkeit, ne? Wir können uns noch einmal ziehen, ne? Entweder hier oder hier. Und ich würde sagen, wir wechseln mal auf zu diesem Banner, ne? Das war auch hier mal ziehen. Das haben wir insgesamt fünfmal ziehen können. Fünfmal, Leute. Wir haben zweimal eine Legend Rare bekommen. What the fuck? What the fuck? Bitte mein Glück von diesem japanischen Account. Musste ich auch auf dem Hauptaccount, auf dem globalen fortsetzen. Aber, aber, bitte mit Super Saiyan 4. Wie geht's da? Und Goku. Oh. Screen Break. Ein Napper. Äh, noch ein Napper. Mmh. Uh. Uh. Hoppla. Uh. Kaioken Goku. Der habe ich am Hauptaccount sicher nicht. Mega cool. Ich freue mich immer über neue Sachen. Tau, bye, bye. Ah. Ist das ein Future Chunks? Ja. Nein, aus GT schon. Aus GT müsste er sein. Ja, steht rechts oben sogar GT. GT. Ein. Ciao. C17. Ähm. Noch ein GT-Tracks. Wieder SS-Rare. Aber immerhin. 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 Kaioken Goku und Trucks. Nehm ich, Leute. Nehm ich. Wenn ich noch mehr kostenlose Stones bekomme, dann werden wir so viel. Werden wir hier auf dem Account natürlich auch noch das einlösen. Äh, mal kurz gucken hier. Sagen wir jetzt geht's. Hunger ich. Ja, man bekommt den hier übrigens auch kostenlos, ne. Der ist aber nicht so krass. Der hat nur eine Entwicklungsstufe hier im Japanischen Account. Leute, 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 Leute. Wir, 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 ähm, filtern mal nach. Oh Gott. Es ist alles hier halt. Hm. War das die Rarity? Aber was die Kosten? Oh, ich weiß gar nicht. Es ist schwer hier was zu filtern, ne. Wenn wir hier haben jetzt nun zweimal. Zweimal, Leute. Ah, hoppla. Zweimal. Unsere Legendware gezogen. Zweimal. Und die ist sehr, sehr mächtig. Leck mich am Arsch. Das ist echt geil, Leute. Das ist echt geil. Und man kann jetzt hier durch diese Münzen, die wir gerade bekommen haben, kann man hier irgendwas eintauschen. Das gucken wir uns mal ganz kurz noch an. Das waren so, so Summon-Münzen. Ich suche sie mal kurz. Waren das die hier? Ne. Äh. Die hier waren das. Genau. Die hier waren das. Das müssten die gewesen sein, oder? 300? Ja, diese Münzen müssten das theoretisch sein. Hier kann man sich dann auch noch, wie ihr seht, oben die zwei Legendware eintauschen. Das sind in meiner Giftbox drin. Ja, hier sind die. Die haben wir bekommen durchs Opening. Ich habe 40 Stück davon, ne? Ja, 40. Also jetzt nicht so viel. Man kann die dann eintauschen hier. Ähm. Bei der alten Hexe. Gehen wir noch kurz nochmal hin. Wir haben jetzt 40 Stück bekommen durch die Openings. Wie ihr seht, ihr braucht da 500, ne? Können wir aber auch andere Helden hier holen. Wie zum Beispiel für 400 diesen mega geilen Super Saiyan Blue. Und so weiter und so weiter und so weiter, ne? Ist also schon ziemlich geil. Oder auch hier den normalen Super Saiyan 4. Wie geht's auch? Finde ich geil mit den Münzen. Boah, ich bin so gehypt, dass das in Global. Kommt. Ich glaube Mitte Februar. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Und falls ich hier auf dem Japanischen Account nur durchs Einloggen noch mehr und mehr und mehr und mehr Stones bekomme, machen wir natürlich noch ein Opening in diesem geilen Banner. Ich bin so hyped auf Super Saiyan 4 in Legendware. Alter, Alter. Aber wir hatten Glück. Wir haben zwei Legendware gezogen. Zwei. Mit nur 200 Stones. Das ist einfach nur geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da auf diesem Kanal. Ist natürlich kostenlos. Und schreibt mir in die Kommentare. Wollt ihr ein mini kurzes 1-2 Minuten Tutorial, wie man sich das japanische Docker Battle runterlädt? Schreibt es in die Kommentare. Und ja Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Aber ich glaube im globalen Account. Viel Spaß. Haut rein. Und Alter, hey. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020